Ich möchte mich jetzt mit meiner Katze beschäftigen. Ich bin froh, dass du Katze gesagt hast. Das höre ich mir danach auch immer. Ist schlimm genug, ist schlimm genug. Bin ich froh, dass du Katze gesagt hast. Katze gesagt, aber was anderes gemeint. Was du denkst? Ne Güte, da kann ich nichts dafür. Weil die Rappen ist ja spannend. So, wer von euch hat denn schon die neue Map gespielt? Ich. Welche neue Map? Die neue Diablo-Map. Die ist so cool. Die ist lustig. Ja, nur die mit dem Engel und dem Dämon. Ja, die sieht so ähnlich aus. Nur, dass es da jetzt Bestrafvolk gibt. Und die hauen noch ein bisschen mehr rein. Genau, Schiro. Cool, das Newton meines Mikro... 1, 2, 1, 2... Bitte nicht sagen, was der Chiro geschrieben hat. Schade, ich wollte es gerade vorlesen. Ich möchte die Videos doch gerne auf YouTube hochladen. Er hat doch nur zwei andere Worte für Katze in den Chat trieben. Genau. Schatz-Goblin! Ach, warum guck ich mir überhaupt dieses Intro an? Ich weiß nicht. Wie geht das Spiel nochmal? I don't know. Wieso läuft der nicht? Warum kann ich mit der linken Maustaste nicht laufen? Wo ist der Schatz-Goblin? Der ist schon tot. Der ist schon tot. Wie geht das Spiel nochmal? Warum läuft der nicht mit der linken Maustaste da? Ja, links und links passiert. Wieso? Kannst du bitte weiterschlafen? Ja, er geht. Er geht. Tschüss. Nicht aufs Handy legen. Nein. Nein. Das ist mein Maustaste. Das Tolle ist, das Spiel laggt bei mir gerade. Papier nicht. Ich möchte nicht dein Arsch an meiner Hand. Guck mir leid. Ich könnte daran liegen, dass ich irgendwie noch nebenher am Streamen bin. Das könnte durchaus sein. Das wäre dann... Das wäre aber ungelegen. wäre eine Erklärungsmöglichkeit. Nova. Put, put, put. Das ist die Dähchen. Auf welcher Schwierigkeitsstufe? Ah, Rekrut. Rekrut. Die zwei kleinste. Rekrut. Ok, es leckt echt. Ok, das heißt, ich darf nicht sterben. Dann mach den Stream aus. Mach ich auch gerade. Die kam Sylvanas. Unfair. Oh, verdammt. Ah, ich... Lieber Dracius, mit Linksklick kannst du nicht laufen. Lieber Dracius, mit Linksklick kannst du nicht laufen. Ja, ich hab's gerade gehört. Nova... Du hast es gehört? Ja, jemand mit einer netten, netten, sexy Stimme hat mir das gesagt. Ich meine nicht Nico. Mit Linksklick kannst du nicht laufen. Man. Ich geh mal mit deinem Bobbers weg. Nein, mecker nicht. Also... Ok, ich hab keine Ahnung was es ist, aber es leckt immer noch, obwohl der Stream aus ist. Au, 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 au. Ey, ich... Also gerade hab ich auch ab und an. Du brauchst nicht mäkern. Leg dich halt ins Barsch. Oh, stirb, 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 stirb. Nein, ich will nicht sterben. Ich glaub das war der falsche, der gerade gestorben ist. Ja, nein. Doch. Doch. Und nochmal fünf Kristalle. Ljowelen. Also ich hab jetzt zwei in der Mitte gegen mich. Ach schön. Soll ich mir rumgekommen? Irgendwer... Ja, warte, ich bin auf dem Weg. Leoric und Tykes hab ich hier rumgekommen. Hm. Vielleicht nicht mehr. Wobei, Leoric werden wir nicht los, aber... Ach, du hattest auch schon gestorben. Habt ihr, habt ihr das mit den Sammlungen mitbekommen? Was für Sammlungen? Ähm, wenn du zum Beispiel Kerrigan und... Abatour auf Stufe 10, äh ne, Sagara und Abatour auf Stufe 10 gebracht hast und so. Ich hab nur leider kein Kleiner. Und auch kein Interesse daran, nicht zu spielen. Weil ich find Kleiner und Sylvanas passt voll nicht zusammen. Das hab ich dir doch heute schon erzählt. Wenn du gewisse Helden auf Stufe 10 kriegst, kriegst du dafür ein Portrait. Genau. Ah ja, richtig, stimmt. Das hast du mir erzählt, das ist richtig. Ich wollt grad schon wieder sagen, hä? Aber was hast du schon wieder? Ich glaub ich mich nicht erinnern kann. Was hast du mir erzählt? Kann ich mich nicht gerade erinnern. Hast du mir nie erzählt. Also ich glaub ich hab Gaslo schon zweimal jetzt umgelegt. Dum 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 dum. Danke Holzen, danke. Hab dich auch lieb. Ach erstmal Zeige, Zeige Snare. Ja, ja. Aber ich krieg ihn nicht. Okay, jetzt geh ruhig. Speedy vergewultigt wieder ihre Tastatur. Nein, nur die eine Taste, die reicht nämlich. Ja. Ja, Speedy weiß halt welche Knöpfe sie drücken muss. Genau. Ich hab keinen Wanner mehr. Oh dieser Blöde. Wer war'n das? Du warst das schon wieder. Nico ist immer so frech zu mir. Was? Du hast schon wieder gesagt, ich hätte das besser gemacht. Achso, ja. Ich liebe meinen Charakter sowas. Fein kann ich immer sagen, das hat mein Charakter gesagt. Und ich... Aber das fühlt sich trotzdem gut an. Huch, das ging aber schnell. Achso, schon abgegeben. Mist. Nicht getroffen, nicht getroffen, nicht getroffen. Wir haben schon ein Netzweber, Dingsy. Nein, ich will nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben. Und sterb nicht. Ja, ich renne ja schon. Uh, schön reingelaufen. So, also wir sind die letzte bis halb drei. Hotz. Weil wir haben ja eine halbe Stunde länger Diablo gespielt. Hm, ich könnte wach bleiben und meine Eltern einfach gleich Frühstück machen. Ja, mach das doch, Speedy. Genau. Als wir dich am Amazonas besucht haben, sind wir doch auch zum Vierbach geblieben. Was? Bis um fünf. Bis um fünf. Entschuldige, es war bis um fünf statt bis um vier. Und um acht rennt irgendjemand in meiner Wohnung wieder rum. Und ich dachte so, warum? Warum? Das ist eine Lüge. Es war um sieben. Ach schlimm. Es war um sieben. Und ich dachte nur so, oh man, ich hatte die ganze Nacht Katzen da und konnte nicht schlafen. Und der Grashalm war schon vor mir in der Küche. Ich dachte, den hast du im Wohnzimmer gefunden. Ne, in der Küche. Den hab ich in der Küche gefunden. Mit, mit, mit wem? Welche von euren Katzen sabbert immer, wenn sie gestreichelt wird? Bagheera. Bagheera. Mit Bagheera aufm Schoß. Und konnte sich nicht bewegen. Hallo Bagheera. Interessant. Ich sehe da, ich sehe da ein, ich sehe da ein System hinter. Nein. Bei Keks und Nobody funktioniert das nämlich nicht mehr. Mit dem System. Ja. Wobei bei Keks der Name Programm ist. Wenn man Keks als Leckerlis nimmt. Keks will Keks. Irgendwie ist das so... Ich muss mich gar nicht mal kurz durchmahnern und durchheilen. Warte, Entschuldigung. Ich habe irgendwie... Jetzt habe ich Leori getroffen und nicht den Turm. Ja, aber der war auch noch. Ja, aber der war auch noch, wenn die Eier wieder da sind. Ja, aber der war auch noch, wenn die Eier wieder da sind. So, noch 20 Minuten. Bis was? Denn, denn ist das offizielle 3-Jährige. Ach so. Ja. Ich verstehe. Kann ich dann auch singen? Nein. Nein. Au, 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 au. Es geht ja nicht um meinen echten Geburtstag, sondern nur um den Stream-Geburtstag, Nico. Ja, aber ich könnte ja den Stream singen. Also den Youtube-Channel so, weißt du. Der ist ja gerade nicht da. Stimmt, der ist gar nicht da. Willst du nicht abgeben? Okay, man hat mir. Was will ich? Willst du nicht abgeben? Na gut. Ah, richtig, abgeben. Das könnte ja auch noch mal. Wollte grad sagen, warum bin ich der Einzelne, der hier abgibt. Das stimmt ja wohl nicht. Ja, in einer muss es ja tun. Na. Hey, hör auf mich auf zu saugen! Geh weg, verpiss dich. Also ich bin nicht alle losgeworhen, weil der Nico schon alle abgegeben hat. Ach, scheiß drauf. Der hat ja auch irgendwie 22 oder sowas. Ja. Mist. Ich hatte nur 18 oder 23. Da weicht die Nova echt auf den letzten Meter aus. Je. Hm, Floric, du bist echt schlecht, muss ich mal so feststellen. Irgendwie, ich geh mal woanders hin. Aber ich weiß noch nicht wo, weil in der Mitte ist langweilig. Danke. Na ja, da kann ich nix tun, weil du die einfach wegschneidst. Ultralisken! Aber ich glaub woanders ist auch nicht mehr los, oder? Ach komm, Teike, es bleibt doch hier. Ist doch ein schöner Part. Ja, ich warte noch auf Verstärkung durch Minions, dass wir hier mal das Tor kaputt machen können. Verstärkung? Soll ich euch helfen? Nee, nee, auf Minions Verstärkung, damit ihr die Beschützer ablenkt. Dann halt nicht! Ich... Tut mir ja leid, Baby! Ja, du kannst dich schön... Ah, ha, ha! Falschtaste, Falschtaste, Falschtaste! Und ich dachte schon vorhin, dass wir nicht einfach... Das ist echt krass dort. Ja, also aber auf der neuen Map ist es auch, wenn du den Bestrafer bekommst, ist ja echt... Wow. Ja, das stimmt. Geil. Der Trun kommt nicht an mich ran, aber ich komme an ihn ran. Aus der Entfernung. Das ist das Unfaire bei Hammer. Zu Hammer? Ja. Ja, Hammer hat ja die größere Reichweite. Hammer ist klasse, was das angeht. Hammer allein auf der Lane ist der Trun. Ich mach grad die Zitadelle weg. So ein... Ja, und oben bei ihm ist grad niemand außer unsere Spinnfüries, also ist echt cool. Das funktioniert mit der richtigen Zitadelle übrigens auch. Echt? Ja. Sollen wir mal ausprobieren? Ja, dann haben wir gleich gewonnen. Ah! Ja, Schatzi, umsagst du nix! Dann legt man dich nicht aufhalten. Also so hab ich schon ein Spiel gewonnen. Die Zitadelle hatte wenig Leben. Ich als Hammer bin da einfach alleine hin und hab dann drauf geschossen und dann haben wir gewonnen. Warum sagt denn Schatzi nix? Ist sie tot? Nee, ich bin tot. Achso. Sie hat mich nicht darauf hingewiesen, dass ich gleich sterbe. Entschuldigung. Wie kann sie nur? Sie will doch nur meine Lebensversicherung. Aber ich komm ran. Du kannst ja auch noch ein Stück weiter vor zur Not. Ich komm dir mal helfen. Allerdings, genau. Basta schaut nebenher das Boot. Geil. Einfach gekuselt. Da liegt noch was, Nico. Du wirst schlampig. Ich hab mich grade Schlampe genannt. Nein. Ja. Nur schlampig. Nein. Au, 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 au. Ja, Speedy ist gut. Ich hab ihn noch gleich. Hat Shiro das schön. Ja, ich. Was hat Shiro? Ich hab gerade meinen Namen gehört. Hat jemand Shiro gesagt? Nö. Oder hat er sich bei Schlampe nicht erwähnt? Sch-sch-sch-sch-schatzi, was los? Ach Teikels, was soll das denn hier? Hm? Jetzt bin ich kurz vorm Ende gestern getötet worden. Sonderfrecher. Ja. Nova. Ja, wir sind noch nicht beim Ende. Doch, nicht beim Ende. Doch, nicht beim Ende. Doch, sind wir. Ich schieß nämlich grad auf die Hildentower. Erstes Mal Ulti angewendet und schon haben wir gewonnen. So muss das sein. Stirb, stirb, stirb. Ist doch wurscht, töte einfach was da ist. Jo. So, fertig. Ah, toll. Wir sollten vielleicht doch auf Kenner spielen. Ja. Naja, ich wär eher für Veteran. Nein. Wir waren eben schneller. Wie schon übrigen waren wir denn jetzt? Wir waren eben bei 9... ...20 oder sowas. Ja und wie lange hat das jetzt gedauert? 49. Okay. Weiß ich. Naja, aber wir können ja mal auf Kenner spielen. Achso, Shiro, achso. Yay, ich hab Gold gekriegt. Auch 10 Stück, hu. Was für Inventur macht der denn? Gott sei Dank, ich kann andere Helden spielen. Hm. Was hab ich noch offen mal im Gucken? Äh, Starcraft Held und Diablo Held. Hm, super. Das mit dem, das mit dem 50 Schatz Goblins ist 50 Tage, ne? Also wenn du nicht sagst, den man nimm, dann probier ich ihn mal. Was, 50 Tage? Ne, wieso? Also Shiro macht noch Inventur, was ist mit Bing? Alleine wenn... Boing kann, ne? Ne, wir haben ja alle schon. Boing? Haustier. Der ist unten im AFK-Channel. Genau, Boing ist unten. Der hört ja grad zu. Ich mach mal ne Runde auf Muradin, glaub ich, oder? Ach ne, Moment, der ist auf dem Warcraft-Universum. Der hilft mir ja nix. Mist. Mist, Mist, Mist. Kann Boing überhaupt in den Channel hier rein, wenn er will? Ne. Ne? Nein. Also du könntest Kerrigan nehmen. Boing ist jetzt offline, ich dachte... Wenn du nicht Sargent Hammer willst. Ich dachte, der wollte jetzt spielen. Ach, egal, dann mach ich mit Sargent Hammer zu Ende. Achso, jetzt hab ich zweimal Sargent. Aber der Boing kann mich ja anstupsen, wenn er mitspielen möchte. Ja, aber er kann nicht anstupsen. Dann mach doch nix. Macht nix. Vielleicht muss der Battlen halt neu starten, oder sowas. Bei Panzer sind auch nicht verkehrt. Doch, das geht nämlich nicht. Schatz, die 2 bei Hammer geht nicht. Kann auch mitspielen werden. Ich nehm einfach irgendwen anders. Ich weiß noch nicht. Keiner findet. Dann nehm ich wieder Tykes, bis du fertig bist mit Sargent Hammer. Ja, ich hab nämlich auch keinen anderen StarCraft Helden. Ups. Ach, oh, ich hab... Oh, ja. Okay. Was hast du? Schön, Nico. Ne, ich bin nur etwas verwirrt. Und wenn du fertig bist mit den StarCraft Helden, dann kann ich ja immer noch Sargent Hammer nehmen, oder Gazelow? Kommt denn Nico wieder? Ziehst du dann Boing rein, Dracius? Wir haben doch genug andere Anwärter hier. Achso. Achja. User was moved to your channel. Hallo Boing. Hallo. 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 Jetzt haben wir zweimal Carry genommen. Ja, das hab ich ja gerade erst gesehen. Achso, Boing wechsel. Okay. Mute mich dann auch mal, ne? Dann kann ich den Stream weiter gucken. Okay. Hübsch. Ach, ne Unterstützer können wir gut gebrauchen. Au ja. Aber in hübsch. Auf in den Kamm. Echt mal. Mach dich zum Schmetterling. Lass es nicht hübsch. Geht nicht. Ich bin noch nicht erwürzt. Lass es nicht hübsch. Wie die Speedy aber auch immer ihren Wunsch den Willen durchsetzen kann, ne? Ganz ehrlich, das hat mich ja jetzt auch nicht wirklich was gekostet. Jaaaa. Ich könnte jetzt ja was sagen. Ja, wie war das, Schatz? Wie geschickt ich doch immer deine Argumente gegen dich verwenden kann. Ja, ja. Das ist einzig und allein ein Attribute-Bonus, den ihr habt. Ich wollte nur kurz sagen, wenn der Tempel an ist, müssen wir alle sofort zu den Tempeln gehen, die gerade aktiv sind. Also es ist immer nur einer aktiv. Schrei einfach. Ach ja. Okay, ich schrei einfach und dann müsst ihr alle da hinkommen. Okay. Also falls ihr es euch nicht durchgelesen habt an der Seite. Nimm dich vor den Bestrafenden. Ach, okay. Also wir müssen halt zu den Schreien gehen, dann kommen da so kleine Skelette und welches Team als erstes drei sich von diesen Skeletten getötet hat, kriegt halt diesen Bestrafer und der haut ordentlich rein. Deswegen sollten wir alle sofort zu den Schreien gehen, wenn die da sind. Okay. Speedy schreit dann einfach lustvoll unterpasst. Lustvoll? 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 Lustig. Und die kannst du halt ordentlich abfrühstücken. Weißt du, lustig, Speedy. Ja, stimmt. Ach so. Ich verstehe. Schatzgoblin. Juhu. Hallo. Hier ist ein Kieger. Weil ich mir das Starterpaket gestern geholt habe oder vorgestern. Oh, das habe ich mir auch schon überlegt. Und das lohnt sich voll, weil allein die zwei Charaktere, allein der Skin für Tassadar und der Tiger kosten jeweils 10 Euro und das Starterpaket kostet 20. Dann gucke ich eigentlich die Einführung. Ja, das kostet auf Amazon 15. Hast du nicht gesagt Schatzgoblin? Der ist schon tot. Ich hau da zweimal drauf oder so, dann ist der schon tot. Wir haben das Starterpaket bei Saturn gekauft gestern. Ah, okay. Ne, ich habe das jetzt noch nicht bei Amazon nämlich vor 15 Euro gesehen. Ja, holst du. Dafür lohnt sich's ja eigentlich voll. Ja. Und wir hatten nur, also ich habe jetzt jeder, also Schatz und ich haben jeder uns Charaktere rausgezogen, die wir nicht haben. Ach, das kannst du machen oder was? Ja, jedes Ding hat seinen eigenen Code. Ah, das ist ja cool, weil ich habe nämlich halt, glaube ich, ein oder zwei von den Charakteren schon. Ja, und den Code, den gibst du einfach irgendwem anders. Cool. Das wäre echt nice. Daher habe ich doch die Codes. Ah, okay. Ich verstehe. Bei mir hier unten ist nichts los. Warum? Warum wissen die, dass ich da bin? Die riechen dich. Warum? Aua, 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 aua. Du riechst wie Teen Spirit. Daher habe ich ja die Charaktere, also die zwei. Die anderen hat Schatzi. Die anderen hat Schatzi, beziehungsweise ich. Aua, 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 aua. Wohin kümmerst du dich um die Kleinen? Wohin kümmerst du dich. Aaaaah. Wir sind übrigens zu dritt hier unten, oder zu zweit hier unten. Was, zu dritt? Geh mal einfach zu Racheos runter. Wenn nicht wir dann. Wohin. Ich habe zwei hier unten. Geh mal zu Dracheos runter. Ich krieg Haue. Ich bin tot. Äh, basta, du musst das korrigieren. Ich sterbe fast, stimmt nicht mehr so ganz. Moment. Und jetzt runterkommen, alle runterkommen, alle runterkommen, alle runterkommen, alle runterkommen. Ja, ich laufe ja schon. Ich sag's ja bloß, ich sollte laut schreien. Ich habe laut mich... Ich habe lustvoll gesagt. Laufen, 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 laufen. Ich bin gleich tot. Wo ist mein, wo ist mein Haustier? Au. Warum sterbe ich denn jetzt? Ihr schafft es. Killt sie alle. Oh, oh, da ist ein Rainer. Tötet Rainer. Ihr schafft es. Wir müssen gar nicht Werner töten, wir müssen ja eigentlich nur die Skelette töten primär. Ja, aber wenn ihr ihn müsstet ihr auch wegkriegen, damit ihr halt keine Skelette sich wechsleckt. Ach, der rennt schon wieder weg, mit dem habe ich eh noch eine Rechnung. Sehen wir irgendwo die Anzahl an Skeletten nachher unten? Ja, unten, unter der Karte, unter der Karte, unter der Karte. Da wo man es immer ist. Ah, Zyreil. Ich bin auch gleich wieder da. Hey. Achso, wer bei Diablo jetzt übrigens in der Season Level 70 wird, kriegt dann ein Reittier, ne? Au, au, Achtung, 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 Achtung. Ah, ich bin gleich tot. Wir brauchen nur noch 5 Skelette. Bin gleich da. Ja, jetzt bin ich aber auch gleich tot wegen Rainer. Oh, fuck. Jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem. Ja. Keine Chance. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Jetzt guckt diesen Viech zu, wie es einfach alles wegschnetzelt. Wo ist denn das Viech? Unten. Lasst uns jetzt alle nach unten gehen, einfach. Sieht man? Ich sehe es noch nicht auf der Map. Ach doch, da. Unten ist es, läuft schon da rum. Ja, da war, dein Kopf war im Weg. Hallo Rainer. Mein Kopf? Ich bin gar nicht da. Tschüss Rainer. Denn halt, äh, Schatzis Kopf. Eigentlich müsste jetzt einer noch irgendwie oben mit hingehen, einfach. Ne. Einfach hier pushen. Das Ding macht ja alles. Unten macht Sinn, wenn man unten den, ähm, Schrein hat, macht's noch Sinn, diese drei, ähm, Ularus-Cams zu holen. Ja. Okay, der hat nicht lang gehalten, aber macht nichts. Aber er hat schon mal eine Reihe eingekommen. Oh, hier sind ja auch diese ollen Laser auf dem Boden. Ich hasste das. Was für Laser? Ja, aber das waren unsere. Das war unsere. Die haben drei verschiedene, ähm, Eigenschaften und das war halt grad der mit den Lasern. Now Laser, Frost und Mörser. Genau. Arkan. Das ist ja cool. Und es kommt zufällig halt eins von denen. Ja, ja. Frost, äh, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ah, ich bin tot. Ah, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Ah, ich bin tot. Was ist denn hier los? Auf was für ein Konzern hast du das gestellt? Echt Blacky? Echt Blacky? Ich hab jetzt auf, auf Enke gestellt, hab das die Schwierigkeitsgrade erhöht. Ihr habt ja gerade gejammert, ihr habt gerade gejammert, deswegen habe ich um einen nach oben geschraubt. Wir kriegen die alle halb runter, aber dann hauen sie ab und dann war's das. Dann muss ich weg, Entschuldigung, ich muss nochmal zurück. Wenn Dracius jetzt kommt, dann kann ich zurückgehen. Ich spiele aber auch den falschen Charakter. Die sind da alle da. Wir müssten unten nochmal bitte alle gucken, dass wir die wegkriegen, solange da fünf Leute sind. Ich bin tot. Ja, Boing ist auf dem Weg und ich komme auch noch. Ja, Boing kann keinen Schaden ausrichten. Nee, ich hoffe auch, dass er jetzt nicht da so rein rennt. Ich bin unterwegs. So, jetzt müssen wir nach oben. Ähm. Lass die einfach kommen nach oben. Reicht der Schätze? Ja, Jashiro ist es, ist es. Entschuldigung, ich kriege das Plingeln nicht mehr so mit bei den Mädelstimmen hier. Was soll das denn heißen? Dass ihr quietscht. Genau, ihr seid quietschig. Also, wo muss man hin? Das kann man mit dem Würfel... Na oben, hier hoch. Okay. Okay. Das Reich der Schätze kann man jetzt mit dem Würfel öffnen. Wie das denn, Jashiro? Und zwar schnell. Oho. Ich versuche es, mein Reitier ist nicht schneller. Fuck, 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 fuck. Der hat mich weggesuchte, der Pisser. Ja. Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Okay, Tür war jetzt nicht weg. Perfekt, gut. Das ist schlecht. Ja, war noch eine Nachwirkung von Tür war eh. Fuck, 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 fuck. Valla kommt. Dieser blöde Ray... Rega, so. Wo seid ihr alle? Ich steh im Nebel drin und schieß von da aus. Ich steh mitten im Kreis. Perfekt, ich bin weg. Ja, dich sehe ich jetzt. Reicht. Tötet den noch, tötet ihn noch. Wem gehört er jetzt? Uns. Das ist auch unsere. Zu Glück. Oh, Tyrell ist wieder da. Tyrell töten. Der ist so schnell da. Ja, ich glaub darauf gehört. Mit der Rinderbarke. Okay, mit der Rinderbarke. Okay. Hast du das jetzt durchgewiesen, Giro? Oder? Hallo, Rainer. Hallo, Rainer. Ja. Der Bestrafer rennt übrigens auch mal gegnerischen Helden einfach so hinterher und springt dann über feindliche Linien oder sowas. Das ist ganz lustig. Okay. Cool. So wie das hier gerade, wo er auf Rega drauf geht, jetzt auf Zyvanas. Ja, der geht dann voll auf die drauf. Ach komm, ich kann gerade einfach mal. Uh, das hat gesessen. Stürb, stürb, stürb. Und ich kann das Mist viel nicht halten. Skill hat man von Anfang an? Hä? Das ist blöd. Au, 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 raus. Warte mal, ich will erst mal den Turm machen. Ja, ja, ich bin auch gerade drauf. Ja, aber ich muss gucken, dass die Festung dich nicht angreift. Ja. Okay, Boeing. Passt, 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 passt. Ich hab übrigens null Mana mehr. Ah, 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 ah. Oh fuck. Das entsteht sehr gut. Ja, ja, wenigstens kann ich gleich mich... Ich hab kein Mana mehr. Shit. es reicht nicht wenn ich weniger rede dann kann ich besser spielen aus kommt ein live kam der heiler richtigen moment man braucht aber trotzdem die skill aktivierung durch die waffen richtig sprich wenn du die waffe nicht hast kannst du das auch nicht aktivieren ich versuche natürlich die mitte bisschen zu laufen beschäftigt ich schlatter ja ich schubdüse spiel pink fluffy unicorn dancing ein bisschen anklicken zum aktivieren sagt mir auch keiner aber da ist die zeit doch abgelaufen auf die zeit geachtet ja aktiviert und dann ja nein ich muss den noch töten wir könnten danach weil wir das jetzt ganz gut schaffen so ein camp da unten einnehmen welches die belagerungsriesen jetzt fertig welches wenn er ein paar nach links ein paar nach rechts gehen ich brauche hier noch hilfe ich weiß nicht ob die oben und unten lang gehen aber sind das nicht schlecht weil die unten lang ich hab mir das gesagt ja ja das ist ich habe ja nichts gesagt hier ja sehr gut sehr gut ja ich habe ich habe den chat geguckt es tut mir leid ja du hast mich noch ganz kurz gestorben das war eine millisekunde ich war eine millisekunde zu langsam und hinkt noch irgendwo fest genau schiero du kannst du einen aktiviert haben kannst ein schmuckstück ein aus schmuckstück ein aus dem rüstung aktiviert haben also drei also pro kategorie einen achtung aber du kannst du kannst aber denn schon mal in der datenbank zu mir sind dann sich freist doch danke blacki ich glaube alles gute zum dreijährigen dann auch von hier noch mal das war nicht schlecht da oben da sind jetzt gerade richtig böse sitzen ja vor allem weil da zwei waren die echt nein ich habe gerade alle fünf erwischt da oben zwei hättest du fast getötet die habe ich fast getötet die und auf der mittler ja und dann hat aus ihm seine ja kann man kann man so schreibe ich nicht balu und hat keine dame geht gar nicht speedy ist ja keine dame so und dann verlosen wir gleich die gute sonja raus raus wer also die sonja nicht hat der kriegt dann gleich die möglichkeit die gute sonja zu kriegen da muss aber den links die das ganze mit einer quizfrage runter 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 nicht gut es wird eng für himmel ich tot bin aber aber dann geh lieber zurück weil wenn du hier stirbst bringt uns auch nicht viel nö ich stehe jetzt im nebel drinnen ok kann schon von unten durchziehen ohohohohohohohooo die armen schwein eeeh da kommt der andere nochmal genau das sage ich will nochmal machen ich kann grad noch mal hui perfekT geht weg von dem kerel der macht rums die rums wer macht rums die rums der blöde Tyraei genau achso Tyraei kann mich mal kreuzweise welchen channel die sind doch schon alle tot hoh wir haben die gerade voll ausgelöscht sehr cool Ja, es ist ja auch irgendwie immer nur so ein, zwei Schuss, dann sind die weg. Dann gehe ich schon mal hier zu dem Camp. Wenn die so nacheinander kommen, dann kommst du da. Ja, ich nehme das Camp unten. Wer kommt mit nach unten? Wer kommt mit nach unten? Nimm deine Frau mit nach unten. Schatzi, komm mit nach unten. Sind doch schon da. Weil die zwei gehen, nehme ich ja nach unten. Schatzi, nein, du sollst nur zum Camp kommen, gute Frau. Oh Mann, ne? Sag das doch. Hat sie erledigt. Okay. Die laufen jetzt oben rum, halten da ein bisschen auf und der andere, nice. Ich hole oben rechts, das Camp jetzt nochmal. Okay, die zwei Gegner sind da. Okay. Tod. Das weiß ich noch nicht, Schiro. Ich glaube, Rekha, du musst auch sterben. Es tut mir leid für dich, aber wie ist das nochmal? Aber ich glaube, der Holsten ist schon mal sehr nah an der Lösung dran. Ah, geh weg, du blödi. Lass mich ran. Lass sie ran, da, denn sie will ja. Genau, lass mir ran, da, denn sie will ja. Hier spiel ich aber nicht. Oh, Henny, die da jetzt haltet in der Stimme einen kräftig leicht. Ziemlich gut. Ach, schade. Ich sag einfach immer zweimal mehr als ihr und dann hab ich gewonnen, Schiro. Und Holsten. Ich mach die Festung auf, wenn ihr da jetzt voll drauf brischt. Ist mir kaputt. Für den Sylvanas. Ja, perfekt. Ah, ich rede, ich renne. Hilfe, 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 Mutti. Mutti? Ja, Kios. Was machst du denn? Der Boeing hat gesagt, ich bin gut im Töten. Echt? Ja. Ah, ich hab recht. Ja. Ah, Schiff, 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 Schiff. Schiff. Nein, ich bin tot. Der auch. Bo, eigentlich könnte ich irgendwie gerade nochmal Hilfe gebrauchen, glaube ich. Wo bist du denn? Hi, Max, Bauer. Ah, du musst noch zwei Sekunden aushalten. Ne, passt schon. Passt. Ich war gerade auf dem Weg. Och, Mann. Yeah, Legendaries. Da liegt ein großer Lolli. Wo? Das ist ein Zauberstaf. Cool. Ich dachte, ein Mikro. Ja, noch nicht Level 5. Okay, der Hammer ist eigentlich ziemlich cool, aber... So, das Gewinn-Spiel. Ich mach die Statistik mal wieder. Ich hab den mir nicht mal angeguckt. Ich hab gut gehalten. Das Gewinn-Spiel. Wo sie denn machen? Diablo-Helden. Aktivieren mit drei Spielen, mit dem Spezialismus machen kann. So, dann spielen wir mal eine Runde Valar. Wir brauchen Spezialismus. Erstmal das Gewinn-Spiel, dachte ich. Erstmal das Gewinn-Spiel. Kommen wir zum... Hatten der Dracios getötet. ...Gewinn-Spiel. Das kann man nicht machen. Das kann man auch nicht machen. Ich bin... Pink-Cluffy-Unicorns. So, mal gucken, ob ich das mit dem Nightbot hinkriege. Question and answer. Question. Nichts zur Nennlichkeit, noch viel weiter. Frag mich, ob er bei diesem Question and answer eigentlich auch auf groß und kleinsteig machte. Answer. Ja, tut er. Na, klasse. Ähm. Wie heißt die Frage denn? Das ist doch unfair, wenn er die jetzt schon stellt. So. Jetzt bekommt ihr gleich eine Frage gestellt. Die Frage besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Ihr müsst A, die Teile in der richtigen Reihenfolge beantworten. Ne, also wenn jetzt die Frage ist, meinetwegen, äh... Wie ist mein Name und welches Geschlecht habe ich? Dann muss zuerst der Name, dann eine Komma und dann hat ihr Schlecht hin. Logisch, ne? In der Reihenfolge, sonst ist die Antwort nicht gültig. Nur so zur Info. So, dann starten wir mal. Zu gewinnen gibt's übrigens Sonja aus, äh, äh, ne? Aus Hotz. Wer sie hat, kriegt sie. Wer sie nicht hat, kriegt sie nicht. Oder so irgendwie. Ne. Irgendwie nicht. Wer sie hat, braucht sie nicht. Genau. Du hast gerade, wer sie hat, hat, äh, kriegt sie. Und wer sie nicht hat, kriegt sie nicht. Genau. Macht doch keinen Sinn. Genau, genau, genau. Das war schon richtig so ausgesprochen. How much cost the fish? So, hab ich die Frage da, genau. Ich leg die ganze Zeit drei Kiosk tilt, aber das kann ja gar nicht sein. So, Nightbot, Nightbot macht's. Darf ich denn auch die Frage wissen, wenn alle, äh, wenn das schon... Du brauchst die gar nicht zu wissen, du brauchst Sonja ja nicht. Nein, aber ich mein, ich kann mir ja die Frage stellen, die anderen haben sie ja schon. Welches war mein erstes YouTube-Projekt und wie viele Folgen hatte es? Bitte nicht beantworten, Schatz. Boah, das... Das weiß ich doch sowieso nicht. Ach nee, warte, weiß ich das doch? Weißt es bestimmt. Aber ich müsste jetzt auch erst mal überlegen, was hab ich mir denn alles schon bei ihm angeguckt? Und ich hab nicht unbedingt auf die Daten geachtet, das war mir in dem Moment egal. Ähm, die Antwort müsst... Also, die Antwort von Chiro ist schon mal falsch. Und bitte keine Abkürzungen, so wie die Playlist wirklich heißt. In meinem Kanal. Boah, was hast du als erstes gespielt? Ich weiß das auch nicht mehr. Die heißt aber so in deinem Kanal, also das, was Chiro geschrieben hat. Was? Das, was Chiro geschrieben hat, hast du so im Kanal drin als Playlist. Das ist richtig, aber das ist falsch. Ja, ja, ich meine nur, weil du sagst keine Abkürzungen. Nee, war nur noch mal so als Hinweis, weil ich da sehe, dass da eine Abkürzung geschrieben wurde. Hat der Chiro geantwortet. Das Problem ist, dass du so viele Videos hast, dass du so viele Videos hast, dass du nur etlich immer noch bei den Kanal drin hast. Also, bei Anzahl der Folgen reicht die Zahl, da brauch ich nicht noch Folgen hinterschreiben. Und nein, Chiro, Chiro, du bist falsch. Komplett falsch. Das Problem ist, man kann das gar nicht mehr nachvollziehen, weil er mal nur von Neuestes nach Ältester an sortieren können. Chiro, das ist richtig, dass da eine 6 steht, aber das vor der 6 ist falsch. Du bist im falschen Projekt, aber ja, Dawn of War hat, äh, Dawn of War Winter, so hat 6 Folgen, das ist vollkommen richtig, aber es ist nicht die Lösung. Warte mal, du hast doch damals mit... Oh, war das das mit Hose? Nein, davor schon, habe ich angefangen. Doch, davor. Ich habe schon davor Videos gemacht. Ich glaube, du hast einfach eine Playlist und dann es geht. Es ist ganz einfach, weil das... Die Jeopardy. Aus, aus dieser Playlist, das erste Video kam heute vor 3 Jahren. Jetzt sag ich nicht, es ist irgendwie, ne. Und das ist jetzt einfach? Ja, Blackies ist, ist nicht richtig. Ich habe irgendwie so, ich habe irgendwie eine Vermutung. Ja, es sind so viele Playlists, oder wie? Nee, ich habe eine, also ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wie viele Folgen das Ding hat. Ich glaube, der Dracius will uns trollen. Nee. Was sagt denn YouTube, wenn ich das sortiere? Das geht nicht, habe ich schon versucht. Aber die älteste Playlist ist tatsächlich Dawn of War Winter Assault. Das liegt daran, dass das Älteste, wenn ihr das nach Älteste sortiert, heißt es, dass die zuletzt als Älteste bearbeitet wurde. Nein, nein, doch. Also wenn ich nach Älteste am Ältesten neunten sage, dann sagt YouTube mit, ja. Das sagt die YouTube was? SimCity? Ja. Das kann ich hinhauen, jetzt nimmst du die Kamp viel, viel später erst. Nee, ich meine ja nur, ich habe das jetzt erstellt am... Da ist schon wieder ein Heißtus drin. Ja, warum? Ich sag ja, ihr sucht einfach alle ne Playlist raus. Und jetzt habe ich das... Moment, 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 Moment. Sortiert nach Älteste. Das ist aber älteste Videos. Das ist ja logisch, da kam irgendwann, äh, 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 äh... Ich weiß es. Äh, Minecraft mit rein, Shiro. Ich weiß es. Und wenn du jetzt als ältestes, wenn du jetzt als ältestes Video das auf Platz 1 nimmst, dann musst du nur die Playlist dazu raussuchen, wie viele Videos die Playlist insgesamt hatte. Und das ist... Ist mir zu hoch, aber ich habe eine Vermute. Der Nico hat übrigens schon wieder gewonnen. Was zum... Das steht bei YouTube tatsächlich vor zwei Jahren. Vor allen Dingen, äh, warte mal, das kann aber nicht stimmen. Bei mir sagt man nämlich, deine erste World of Tanks Folge ist, äh, am 29.08.2013 gewesen. Das kann ich hinhauen. World of Tanks habe ich viel später gemacht. Viel, viel später. World of Tanks habe ich das erste World of Tanks Video mit Chaos zusammen gemacht. Ach ne, 29.09. Verdammt. Um einen Monat verloren. Vielleicht, genau, veröffentlicht am 30.08.2012. Und da sagt YouTube vor zwei Jahren, das ist ja cool. Vielleicht hat YouTube noch vor zwei Jahren, weil die Uhrzeit nicht hinhaut. Vor zwei Jahren, glaube ich, 13.00. Das steht auch wieder. So, der Nico hat recht. So, jetzt haben wir ein Problem. Der Nico hat recht, aber braucht Sonja nicht. Warum hat er dann mitgemacht? Das freut mich auch. Um mal die Lösung zu bringen. Was war's denn? Aber ich würde sagen, dann hat Blacky gewonnen, weil er hat zumindest als Einziger, als Erster, die richtige Playlist rausgefunden. Aber Blacky hat doch gar keinen Hotz. Das ist richtig. Blacky, du hast doch gar keinen Hotz. Was würdest du mit Sonja? Dann überleg dir eine neue Frage. Dann überleg dir was denken. Genau. Ach, da war die so schön. Jetzt hat er so lang daran überlegt. Ja. Ach, muss ich überlegen. Hm. Hm. Nase juck, Nase juck. Was? Was? Hast du gerade Nase juckt? Nase juck. Nase juck. Die Nase juckt. Blacky hat Hotz. Der Blacky sagt, er hat Hotz. Echt? Warum spielt er ja nie mit uns? Genau. Wenn der Blacky Hotz hat, seid ihr alle damit einverstanden, dass der Blacky die richtige Antwort quasi gegeben hat? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich weiß, wie die Antwort heisst. Dawn of War war das erste Projekt. Und es hatte genau 28 Folgen. Also mein erstes Dingens, was ich von dir mir angeguckt hatte, war... Ich krieg nur eine halbe Sonja. Das kam viel... Das kam, glaube ich, knapp ein Jahr später. Nö, das kam im November 2012. Ja, ist ja gut. Ich höre schon auf. Also ich hätte ja auch den Landwirtschaftssimulatum gesehen. Ja, ne. Ja, ich weiß nicht, Jan Frieden. Genau, genau. Chiro hat was Besseres vorgeschlagen. Der Blacky bekommt nur die erste Hälfte des Codes, weil er ja quasi nur die erste Hälfte der Lösung richtig hatte. Nein, damit bekommt der Blacky die Sonja. So. Blacky bekommt Sonja, Nico bekommt Lili. Ich schicke euch das denn morgen zu. Nach dem Stream. Mann, das ist ja schon 0 auf 15. So. Und damit haben wir auch die Verlosung beendet. Oh. Was machst denn du? So. Katze spielt Katze. Katze ist Katze. So. Katze macht Sachen, die man nicht... Nein. Tu nicht so, als wärst du lieb. Chiro, nach dem Link war es ja richtig sortiert. Nach dem Link. Das erste Video war ja wirklich das erste. Aber du hast... Bei mir steht zu... Also, den Link, den du mir geschickt hast, habe ich drauf geguckt. Da war Down the War. Da war direkt das erste Video. So. Also, ich bin... Ich bin breit. Ich mache nochmal ein Spiel mit Carrygen. Ich würde hier auf Stufe 12 haben. Ähm. Äh. Ich meinte bei den Playlists. Achso. Ja. Hm. Okay. Ja. Nee. YouTube sortiert, auch wenn du nach ältesten Playlists gehst, nicht danach, welche Playlists als ältestes von der Erstellung. Ja. Sondern welche, ähm, am ältesten von der Bearbeitung her ist. Da ich bei Down of War aber irgendwann die Möglichkeit hatte, ähm, die, 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 ähm, Thumbnails zu ändern, habe ich da neue Thumbnails reingebaut. Und dadurch ist die hinter Down, äh, hinter die anderen Projekte gerutscht. Tempelgewitter. Schero meinte, so funktioniert's. Wie funktioniert's? Moment. Kein Schatz, Goblin. Ach, Manno, ich brauche doch noch so viel. Ich auch. Ja, so funktioniert's. Das ist richtig, Schero. Komm. Ach, der ist sogar hart aus der Swarm schon zu sehen. Warum das denn? Das ist aber nicht jetzt Teil des Plans. Da war ja schon hart aus der Swarm zu sehen. Ah, ja, jo. Zwei oben, zwei unten sind schon. Dann geh ich in die Mitte. Flatter. Flatter, flatter, flatter. Flap, 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 flap. All die Murphy Ah, ja, ja, Jo. Jaa. Hat euer Charakter auch immer so'n Spruch, den er immer beim, am Anfang von so'n Match sagt? Äh... Weil die oben haben auch zwei. Ich hab den Butcher und Hammer hier. Ja und Boeing hier alleine bringt aber nix. Aua, 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 aua. Schade. Komm. Gut, gut, gut. Komm her, du Feige. Oh, verdammt. Das tut mir jetzt aber leid, Chihiro. Hab ich jetzt einfach was verraten, was noch keiner wusste? Hier kommt keiner vorbei. Blöde, blöde Sonja. Tempel aktiv. Ihr schreit, wenn ihr Hilfe braucht bei den Tempeln, ne? Boah, wir sind zu zweit hier oben, ich glaube, das geht durch. Äh, ich muss ganz schnell Leben zurück, weil ich war so ein bisschen anhauen. Aber ich glaub in der Mitte, boah, äh, wie schafft ihr das? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich komm gleich, Boeing, Boeing, ich bin aufm Weg, ich bin aufm Weg, ich bin aufm Weg, ich bin aufm Weg. Okay, gut. Ich war nur grade Liebenhudeln, das hat sich grade blöd überschnitten. Ihr schafft das schon. Ey! Sunborn hat's grad zerlegt und mich auch. Okay, dann geh ich mit hoch. Hat's die Sonneburne verhauen? Wir kriegen gleich Besuch, Boeing. Wer ist denn da oben? Keiner mehr. Sag ich doch. Da auch Funkelchen hinten drauf. Ah, ich hab kein Leben, ich hab kein Leben mehr. Im Moment nur Funkelchen. Klapp, klapp, funktioniert, funktioniert. Kann Boeing mit hochkommen? Achso, ne, ihr kommt. Okay, dann geht's. Gleich da. Weil ich hab nicht wirklich viel Leben. Na, Funkelchen kann ich gegen die ankommen. Ja, das ist klar. Wenn die alleine ist. Meki, natürlich hör ich mich dann noch ziemlich steif an. Guck dir mal die ersten Videos von einem Ronk an, das hört sich bei dem nicht anders an. Du hörst dich steif an? Boah, endlich. In meinem ersten Video. Edi, pass auf. Es war auch spät und meine Frau war lange weg. Ja. Ich war sehr lange alleine. Und dann klingst du steif. Ja, natürlich. Wären die nicht. Aber sowas von steif. Danke, Boeing. Ähm, Hilfe? Ja, ich bin auf dem Weg wieder nach unten, dann kann ich bei dir halt machen. Ja, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Sorry. Ich kann meine Pflicht erfüllen. Er riecht das schon, wenn es mir schlecht geht. Und dann muss er einfach. Na, wo ich geguckt hab, da war halt da unten nichts los. Da oben war was los. Es stimmt. Ich hab echt mal überlegt, ob ich Winter Assault mal... Wow, wir sollten nach unten, wir sollten nach unten, unten, unten. Ob ich Winter Assault mal wieder doch reaktiviere. Und da sollten ein paar mehr nach unten. Wobei, wenn wir das sonst was gehen könnte. So, Video Projekt technisch, aber... Das kann ich... Okay, komm bitte von oben jemand mit. Bitte alle runterkommen, ich bin tot. Ja. Diese Golds kriegen wir weg wahrscheinlich, aber... Ha, vielleicht doch nicht. Ah, wer hat mich da jetzt gestunnt? Funke schon, würde ich sagen. Dann ja. Die Stunts auch noch nicht. Ich kann nicht schlecht stunnen, wenn ich mit ihr zusammen spiele. Ne, Moment, da renne ich jetzt nicht alleine rein. Ne. Das ist auch nicht. Aber vielleicht kann... Achso, du bist ein Ankerker? Nein, ich bin Fernkampfer. Dann kannst du die Stinks aber von hinten wegnehmen. Den Belagungsriesen. Hier gerade rein. Ey, kommst du her. Ich will die Sonja verholen. Bin sofort wieder da. Rieses Put. Ähm... Ist das Boeing mit oben? Nein. Boeing ist bei uns. Das ist schlecht, dann sollten wir jetzt wieder reisen. Schlechter. Hier sind dann eben durchpushen. Lass die Minions vor. Ich weiß warum. Wegen der Türme. Ich brauch keine Minions. Kann die Minions enden, äh, die Türme doch so ist dann. Eben. Mach weg die Dinger. Ja. So. Und platt. Ich brauch... Ich brauch... Ich schaff das nicht allein hier. Also irgendwann bräuch ich dich hier. Wo bist du? Komm schon. Achso, ne. Boeing geh du. Das ist einfacher. Ich bin unterwegs. Reicht das, wenn Boeing da ist, Speedy? Ja, ja. Brauchst du Schaden? Ne, das passt schon. Er kann ja das Vieh abhalten mich zu... Ja, das... Das Umwandeln von Crafting Items hab ich auch nicht ganz kapiert. Das hab ich versucht und irgendwie hat's nicht hingehauen. Äh, das... Meinst du jetzt von wegen, äh, Stufe 1 auf Stufe 2 Dinger? Weil... Weil das automatisch nicht... Funktioniert das auch nicht. Ne, ich hab... Ich hab... Äh, 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 äh... Ähm, Boeing, du kannst dann mal gucken, wo du helfen kannst. Ja, ich... Ich hätte ja gerne diese ollen Schmetterlinge gehabt. Dann habt ihr irgendwas anderes, legendäres, reingepackt. Wollt ihr das umwandeln? Das klappte irgendwie nicht. Ich geh wieder nach oben, glaub... Achso, du bist schon nach oben. Das Licht... Verblasst in meinem Tempel. Ich nehm mal so'n Camp ein. Oh, Blacky. Warte, ich komm dir helfen. Oh... Der... Entschuldige. Warum machst du solche komischen Geräusche, Dreckius? Weil... Weil Shiro... Wir reden ja gerade bei Shiro über das... Über das Crafting im Diablo. Ja. Und Blacky meinte gerade, wieso? Geht doch ganz einfach. Ein Stock, zwei Diamanten, schon hast du eine ordentliche Waffe. Mhm. Falsches Spiel, Blacky. Welches Spiel meint der? Minecraft. Wie... So. Okay. Zwei Diamanten plus ein Stocker gibt ein Diamantschwert. Danke. Bitte, bitte. Willst du das rechte auch noch eben mitnehmen? Oder gleich den in der Mitte. Nein. Noch, das schaffe ich bei dem Level doch dann nicht. Sani, hast du keine Minen? Was Minen? Ja, das Spiel doch einmal. Du musst nur was sagen. Irgendwann das erste Mal, dass ich den Hammer spiele. Nein, ist doch okay. Deswegen habe ich ja gefragt. Sperrfeuer. Danke. Bitte, bitte. Guck ich jetzt mal, dass ich die Mitte aufräumen kann. Weil die sollen jetzt unten... Ja, ich nehme nochmal eben das O-Roll-Camp schnell ein. Schaffst du das oder soll ich mithelfen? Hm, ich denke mal, das soll ich schaffen. Okay. Notfalls zünde ich die Ulti eben. Oh, da kommt ein gegnerischer Hammer. Oh, das sind gleich viele. Aber ich muss, glaube ich, bestehen, ich glaube ich schaffe es nicht noch hier, also nach Rotz, noch irgendwie Diablo zu zocken. Es könnte knapp werden. Irgendwas mit was. Ich komme mit hoch. Pass auf. Hm. Danke. Also nochmal eine Runde Diablo wird es wohl nicht mehr werden heute. Müde? Okay. Ja. Kann ich verstehen. Was ist schlecht das? Sehr schön. Äh, mach dir oben den, dann gehe ich nämlich unten und Dracius kann mir eventuell... Wir haben Probleme oben, wir haben drei Gegner. Ja, ich komme eben. Warte. Aber ich werde... Wo sind die dann? Hast du die selbst zu zweit? Naja, scheiße, bin ich dann doch nicht. Ich wurde gestandt und ziehe mich wegzertifiziert. Äh, Dracius, kannst du mir eventuell, wenn ich's brauche, helfen, oder? Äh, äh, beim Tempel, ja. So, Sonja sind weg. Weil ich hab mit dem Großen immer Probleme. Ich komm einfach schon mal rüber. Ich sag mal, wir streamen ja jetzt schon über zwölf Stunden. Ja. Echt? Rau. Wir haben um elf angefangen. Okay. Stimmt. Also... Okay. Dankeschön. Es ist schon länger als wir sonst jemals gestreamt haben. Und ich hab's dir Gott sei'n Vorsicht... Der guten Vorsichtshalber nicht als 24 Stunden stream angekündigt. Stimmt. Ich find das auch... Also ich hab' einmal diesen 24 Stunden streamen zu sehen. Stunden streamen. Stunden streamen. Stunden. Oh, wir brauchen Hilfe. Derjenige hat sich ja so gequält. Okay. Okay, vergiss es. Das schaffen wir nicht mehr. Gehst du mit Hochdruck jetzt? Nein, vergiss es. Da sind vier Leute. Zwei. Sani ist tot. Zwei. Nein. Nein, da waren eben alle vier. Ach ja. Also ich guck doch, waren zwei und Sani war tot. Ja, ich hab auch nur zwei gesehen. Also ich mein, okay, der Tempel ist weg, aber wir können die ja trotzdem aufhalten, wenn die da noch sind. Weil der machen wir ja nicht. Die werden ja nicht freiwillig gehen. Also aber die Pflichtzeit von Hotz machen wir ja noch. Also keine Panik. Hotz fällt, wird deswegen nicht kürzer ausfallen. Nee, also den krieg ich nicht, aber wir können Sonja versuchen aufzuhalten. Verdammt, verdammt, Verdammt. Gaslob kommt, pass auf. Ich bin gleich da. Lauf mir ein Stück entgegen. Also unten ist schonmal gecleared. Supi. Kannst ja gucken, ob du schon irgendwie noch weiter kommst. Ich bin alleine und halb tot. Ist schlecht, dann geht immer zurück. Ich bin bei 400 live, also es ist doof. Bewegt dich Sylvanas! Ähm, Yashiro werden wir auf jeden Fall noch irgendwann erleben, aber... Super. Nehmt es mir bitte nicht übel, dass ich heute keine 24 Stunden schaffe. Aber es war ja auch nicht, Gott sei Dank nicht, als das angekündigt. Boah, ich würde das nicht durchhalten. Ich, ich... Ja, ich würde es auch durchhalten, aber ich bin halt in so einer Down-Phase. Ne, ich würde es nicht schaffen. Ich habe noch einen Bekloppt drin gesehen. Der hat am Freitag, äh, zum Start von der Season angefangen zu streamen. Und der macht einen 72 Stunden Stream. Und als wir heute angefangen haben, war der auch schon dabei. Okay, der war noch nicht mal 24 Stunden um, aber... Und dafür bin ich zu alt. Ach, passt schon. Mit der nächsten Runde, ähm, mit dem Tempel in der nächsten Runde, dann haben wir das. Ich nehme mal die Camps da unten wieder ein. Ich sag mal, äh, so zwölf Stunden an einem Wochenende ist ja auch schon... Ganz ehrlich. Äh, äh... Ey, Drakios, kommst du mit in die Mitte zu dem Tempel, bitte? Äh, der ist der schlechter. Moment, 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 ja, komm ich, komm ich, komm ich, komm ich, komm ich... Kommst auch lieber erstmal mit hier hoch. Bin unterwegs. Ja, du warst du noch mit, weil ich gesagt habe, ich will das Camp nehmen, ne? Ja. Noch ist gerade keiner da, das ist noch ganz gut, wir haben noch 10 Sekunden Zeit. Wir sind oben. Ja, dann lass die erstmal... Sollten wir sie danach aber aufhalten, oben. Ja, ich glaube, die werden gleich selbstständig da abhauen, weil wir sie beschießen. So. Oh, das schafft ihr ja, ne? Dann kann ich mal die Camps da unten einnehmen. Locker. Ach, da kann ich auch mitkommen. Bei Assassinen kriegen das locker hin. Es ging gleich wieder alle weg und dann steht da jemand allein drauf, oh, das schaffst du schon. Okay, dann müssen wir nach unten, die haben den Camp gerade unten eingenommen. Wobei, die kriege ich recht schnell tot, wenn dann nur die... Ich nenne den Rechten. Hey, Sergeant Hammer ist da. Ups, scheiße, Sergeant Hammer ist da. Ist das nicht unser Hammer? Nein. Nein, das ist deren Hammer. Wohin guck, wenn du helfen kannst da oben, die kriege ich auch tot. Nö, ich habe ihn weggekriegt. Okay, gut. Der hat die Biegel gemacht. Oh, Gaslauf und Sonja. Mh, das war's, glaub ich, ne? Dann... Au, 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 Au zu fallen. So, dein Schwanz liegt dann nun mal im Weg. Der muss da weg. Weg. Schatz, was soll ich sagen? Wir haben einen Neffen, der das einzigste Kind ist, bei dem ich denken würde, dass er es schafft, einen Flachspüler zu ertrinken. Aber ich sag mal, das Kind ist ja nicht ohne Aufsicht. Das stimmt. Ja, das ist ja nicht ohne Aufsicht. Und wenn es schläft, dann liegt es im Bett und da kommt es nicht raus. Meine Mutter will auch jetzt schon an der Treppe so eine Sicherungsgitter anbringen. Ich hab ihr gesagt, Mutter, warum? Welche Treppe? Die Mutter wohnt ja in zwei Etagen im Eigenheim. Ach, bei sich zu Hause. Bei sich, genau. Warum? Dann hat sie gesagt, wenn das Kind denn an der Treppe rumhantiert, dass es da nicht runterfällt. Ich sag, wenn das Kind ohne Aufsicht oben alleine ist, dann schläft es. Und wenn es einen Säugling schafft, aus dem Babybett rauszukrabbeln, die Schlafzimmertür zu öffnen, also einfach zur Schlafzimmertür hinzukommen, die Schlafzimmertür zu öffnen, zur Treppe zu krabbeln schnappt ihr den unten? Überempfindlicher Papa denn, oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin doch fast da, obwohl, ne, 50 Sekunden es dauert noch ein bisschen. Ne, aber Boing kann man vielleicht Richtung, du kannst vielleicht Richtung runtergehen, genau, und gucken, ob da was kommt. Und die vielleicht aufhalten ein bisschen. Mach dann einen Aufklärer. Weil, wenn wir fertig sind, können ja wir runterkommen. Gut, Schau und Emma sind bei euch oben auf dem Weg. Ähm, das ist nicht so schlimm. Schau mal mal, Chiro, ich wollte morgen... Schlafen wir schon, die bleiben noch da unten. Ich schlafen wir noch. Äh, ja, aber nicht, nicht so früh wie heute. Ich sag mal, morgen frühestens ab, ab 6. Abends. Verdammt, verdammt, verdammt. Dream? Ja. Morgen frühestens ab 6. Abends. Fuck. Okay, ich geschafft. Warte, ich wollte grad sagen, was ist los? Ich dachte gerade, jetzt sterben wir. Ich weiß nicht, ich bin doch gerade gestorben, aber was soll's. Das war aber in der letzten Sekunde gerade so, ne? Hey, ich war noch tot, also beschwer dich nicht. Genau, für die, die die Uhr im deutschen Maß kennen, um 18 Uhr. Für die, die im US-militärischen leben, um 1800. Was ist 18 Uhr? Also, frühestens morgen, also heute 18 Uhr, streamen wir wieder. Ach so, okay. Aber ich weiß noch nicht was. Kann mir meiner erklären, wie das KI-Funkelchen 11 Kills macht? Äh, es musste nur anwesend sein. Die war mit Schächter unterwegs, siehst du doch. Es muss doch nur anwesend sein. Richtig. Kills heißt, Kills heißt nicht aktive Kills. Kills heißt, du warst am Kill beteiligt. Ah ja, stimmt. Es gibt ja hier keinen Beitrag. Genau, es reicht ja, wenn der einmal drauf gehauen hat. Weiter. Fertig. Oder einfach einen geheilt hat, der drauf gehauen hat. Oder so. Also irgendwie in einem Tod von einem Gegner beteiligt war. In irgendeiner Partweise. Da hat es noch nicht. Ich bin auch mal irgendwo hin. Dann hoffe ich, dass du nicht bereit bist. Nö, ich doch. Jetzt auch mal hin. Ich geh jetzt ins Bett. Tschüss. Dann tu das. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Du, du, du. Wow, Blacky. Das ist aber schon eine Kunstform. Ah, Entschuldige. Wobei, eine Frage habe ich noch. Ja. Die habe ich schon im Chat gestellt gehabt. Was denn? Sonst hat keiner außer Speedio, Nico, Ico gebackt, oder? Grasheim mit dir quasi. Ja. Ich habe ja noch zwei. Achso. Stimmt, da war was. Ich habe ja das Vierer-Pack. Ja, Dracius habe ich das Spiel ja gezeigt. Auf jeden Fall. Ja. Sieht interessant aus. Auf jeden Fall. Wie gesagt, zwei Stück habe ich noch. Und falls es die Möglichkeit gibt... Moment, habe ich das gerade mitgekriegt. Du hast noch zwei Stück von Ico? Ja, ich habe noch zwei... Hier schrei, hier schrei. Ich habe keine Visitenkarte. Du hast keine Visitenkarte? Äh. Keine Kreditkarte. Kreditkarte, glaube ich. Kreditkarte, Visa-Karte. Meine kommt erst dann, wenn es abläuft. Wie gesagt, habe ich noch eine übrig, die ich ausgeben kann.